Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum heutigen ersten Fanmail-Unboxing. Das Postfach ist eingeweiht, es kam schon etwas Post rein. Nicht nur Fanmail, sondern auch schon andere Dinge. Ich hab nicht, wie die Leute immer so schnell davon Bescheid wissen. Von Mission Matze kam das erste Paket. Vielen Dank dafür. Wir werden das jetzt einfach zusammen öffnen. Ich hab auch extra das Messer am Start. Mit dem ich eigentlich schon die ganze Zeit alles aufmachen wollte, aber ich hab nie dran gedacht und hab mir dann so ein Kack-Küchenmesser geholt. Aber jetzt haben wir das Krass am Start. Unausgekiht heute. So, da haben wir's. Achso, und falls ihr auch die Adresse des Postfachs wissen wollt, wenn ihr mir irgendwie Briefe schreiben wollt oder sonst was, dann fragt mich einfach irgendwo privat an. Also auf Twitter, Instagram, Facebook. Auch auf YouTube kann man Privatnachrichten schreiben. Und dann hau ich die euch raus. Ich will das nicht zwingend öffentlich machen, wobei es eigentlich egal ist. Also dafür hab ich's ja gemacht. So ein Postfach ist schon eine coole Sache. Nur muss man halt jedes Mal dann hinfahren. Sorry, mir kräpill ich, aber egal. Also ihr wisst ja, wie ich da drauf bin. Und mir ist es schon wichtig, dass ich da privat abgesichert bin und nicht jemand bei mir vor der Tür steht oder sowas. Und deswegen ist es einfach eine optimale Sache. Also falls jemand die Adresse wissen möchte von diesem Postfach, dann schreibt mich einfach irgendwo privat an. Ich schreib sie euch dann. Dann packen wir das ja mal auf. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt heute viel damit arbeiten kann. Wahrscheinlich eher nicht. Also eigentlich kann man das einfach so aufziehen. Aber ich bin heute saucool und mache so. Krass. Oh mein Gott, schaut euch das an. Was der macht mit seinem Knäf. Ultra der krasse Boy, ey. Das kann man überhaupt nicht so aufmachen. Nee, nee. Das musst du schon mit dem Messer aufmachen. Das ist klar. Das ist schon klar. Ja, guck mal da. Warte, eigentlich hält man das doch so, oder? Okay, wir sind nun ready to open. Und das ist eine Kackwurst. Vielen Dank. Eine wirklich wunderschöne Kackwurst vom Zoll untersucht. Wir machen mal auf. Krass, wie das Ding verpackt ist. Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Ah, okay, hier. Oder auch nicht. Bist du, ich will es nicht kaputt machen mit dem Knife. Also ich bin da lieber ein bisschen vorsichtiger. Holy fucking shit. Warum fange ich eigentlich in der Mitte an, ich vollidiot? Was mache ich? What the fuck did? Ich wollte euch halt nur mal zeigen, wie man sowas nicht aufmacht. Ja, fangt nicht wie ein Bescheuer da in der Mitte an. Wie so ein Hund. Okay. Den ganzen Kram mal kurz weg. Das wunderbare Knife wird eingepackt. Was haben wir denn da? Wir brauchen noch einmal das Knife. Oh. Okay. Meine Damen und Herren, machen Sie sich bereit. Weg mit den Gummis. Vielen Dank für die Gummis. Oh, guck mal hier. Oh, shit. Oh mein Gott, ist das ein geiles Teil. Oh. Oh, das ist echt ultra krass. Wahnsinn. Vielen, vielen Dank. Matze, das ist echt der Hammer. Ich bin voll am Grinsen. Ich kann gerade gar nicht aufhören zu grinsen. Guckt euch dieses ultra geile Mauspad an. Es ist klar, dass ab jetzt die Headshots natürlich fliegen werden wie Nummer Able. Es ist klar. Das Teil wird zu einem Teil unter meiner Tastatur liegen. Hier nebendran werde ich dann spielen auf diesem ganzen Stück hier. Ich hole mal eben das Alte zum Vergleichen. Guckt euch das an. Warte mal, ich mache es so, dass ihr unten seht, wie viel größer das ist. Also das ist auch nochmal von der Höhe her ein Unterschied. Und es geht halt nochmal ultra nach da drüben. Das ist echt der Hammer. Richtig, richtig geil. Ich werde das hier jetzt dann zu meiner Freundin rüberlegen. Das ist dann jetzt ihr neues Altes. Und nun werden wir dieses Biest, dieses wunderschöne Biest, bei mir drüben reinlegen. Ich weiß noch nicht genau, ob ich es exakt so lassen werde. Aber so ungefähr wird es am Schluss dann aussehen, wenn es fertig ist. Also vielleicht mache ich die Tastatur noch ein bisschen weiter nach rechts. Beziehungsweise das Mauspad weiter nach links. Es ist jetzt schon viel mehr Platz, als ich sonst nutze. Also ich nutze eigentlich immer nur das Stück hier. Ja, richtig, richtig geil. Hier nochmal natürlich bei etwas weniger Licht mit Effekt der Tastatur. Das habe ich vollkommen vergessen, dass ich doch so lustige Sachen machen kann. Yeah. Wisst ihr, da habe ich schon so einen Teil, dann zeige ich es nicht. Heide, nein, Mensch. Ist das ein geiles Teil. Leute, Leute, Leute. Krass. Wie sich die Maus da drauf anfühlt. Damit fliege die Headshot. Das sage ich aber im Gude, mein Freund. Das Teil ist echt sick. Vielen, vielen Dank dafür. Mäusche Dunkel. Vielen Dank. Falls mir jemand was schicken will, wie gesagt, einfach privat anfragen nach der Postfachadresse und dann gebe ich sie raus. So weit, so gut. Heute Abend ist wieder Livestream. Vergesst es nicht. 22.30 Uhr geht es los. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.